ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, ich bin Marcel, wir spielen hier auf den PS5 im Star Wars Jedi auf allen Orten weiter. Los geht's! Auf der nächsten Planeten. Wir müssen uns heran sitzen. Wir müssen uns heran. Auf 10 fahren, stimmt. Dann ist er gerade im Fall. Wir müssen uns dann noch weiter. Ich bin der Schiff da, mir geht's und bitte, aber ich kann mich nicht mehr in und war. Schiff! Ich bin der Fall des Geistes sind. Das ist gar nicht zu, ich bin der Fall. Genau, ich bin der Fall der Fall. Nein, Fies. Wo kannst du denn du halten? Hey, hallo? Hey! Und du bist nicht so schwer. Wirklich, das reicht nicht, aber es macht ihm nichts. Das ist auch Fies, komm. Hey! Okay, es ist eigentlich gar nichts zu tun. Jetzt sind wir drüber. Kann auch nicht sein. Ich sehe nicht, Achtung. Der Wind hat von Norden her aufgefrischt. Schrecklich. Schrecklich. Ich habe etwas komische Schüsse gesehen. Wow! Ein Schlag. Scannen. Okay. Das Gold Trooper. Okay. Ich habe jetzt mehrere Varianten. Okay. Der Jedi ist hier! Ich kann nicht mehr... Halt den Abstand von ihm! Voll drauf! Du hast mir keine Angst! Ist da jemand? Ganz egal! Ja! Ich kann dich da unten sehen! Ey! Ich habe eine gute Abwehr! Du hast es doch offen. Ah, bist du tot? Ich verfolge ihn! Haben wir es gemacht? Ich habe es gezählt! Nein! Warte! Entschuldigung! Dann können wir nichts machen, aber... whenever... und da! Und innen! Vielleicht so ein... Warte schnell, hey hallo, hey Fie, hey, gibt es doch nicht, so Fie, da muss ich mal ausstehen können. Ist du da schön? Ein neues Outfit Material erhalten. Du kannst ein Farb-Outfit im Pause-Menü ändern. Okay, Outfit, okay. Haltet aus, glaube ich, ist doch schöner. Ah, hier ist der Spiecherpunkt, okay. Computationsplatz. Aber die Ruhe kommt sonst ruhig. Ah, hey, Fertigkeitspunkte hätten wir zum Eingeben. Oder darf er innen wählen? Was ist das alles? Das Greifen kann aus einem Sprinter oder so. Kann er ein spezielles Lichtschwert angriffen ausführen? Okay. Okay. Es tut verlangsamt. Kann er sein Ziel länger verlangsamen? Okay. Ich denke, ich habe schon noch ein Foto. Ich kann nach einem Überkopf-Fiebein. Ich möchte ihn anders hören. Ein paar Wochen Fähigkeitspunkte. Ein paar Wochen Fähigkeitspunkte. Das ist doch nicht, ja. Ich möchte uns... Das könnte ich spüchern. Ich möchte ihn weiter abkürzen. Okay. Aufhöriger Handwerker. Okay. Okay. Nein. No. Krohn. Yes! Krohn. Yes. Krohn. Verliert ihr nicht aus den Augen! Was war das für ein Zwipfel? Hab ja einen Eindringling! Du bringst mich nicht um! Nein, aber ich sage jetzt ein Lichtschuss. Ein Lichtschuss! Ein Lichtschuss! Ein Lichtschwert Hülze erhalten! Zwei! Flä.. 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 Hö! Viel Sinn! Jetzt sieht es eigentlich komisch aus! Hier zeigt es mir etwas an! Was ist hier hinten? Jetzt muss ich an den Roppel denken! Ja klar! Ein Schablos Ausschluss muss für die Tiefberg! Und dieses Gerät, dass er erreicht wird! Ok! 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 Was ist hier so? Ja! Das ist ja so! Na das ist ja so! Ja! Also hat er sich nicht um. Und da wird er der... Uuuh, da haben wir nicht! Ich kann heute nicht überall laufen, aber es ist besser zu werden. Wir haben uns das Flieger nicht. Wir haben uns das Flieger nicht. Wir haben uns das Flieger nicht. Alles ok, BD1? Hat man gern. Oh, na gut. Oh, es war also was drin. Ich habe das Schwertmaterial erhalten. Koffer. Ok. Ich bin auch schon mal auf die Flieger nicht. Ich bin auch schon mal auf der Flieger nicht. Was ist das? Äh, das hat doch nichts falsch. Mein Freund, seit ich Burgano verlassen habe, habe ich mehr über die Zephu erfahren, als ich für möglich hätte. Schade. Fählen, ich dachte jetzt. Schade. Schade. Ah, die schiesse Vierter. Ey, gib ihn doch auch, ey. Ey. Ey, das gibt's doch nicht. Ey. Ey, ey. 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 Ey, ey. Wir gehen vor allem auf den Seite aus. Nich? Wow. Na, ah. Los, was die? Ja. Tad. Ok, was soll ich auch machen? Gant! Was ist das? Hilak? Doch werden sie produzieren können, Hilakse aufgrund ihrer schlechten Aufkurs nur bedingt ändern und zerschmetten häufig von Wesen, wenn sie von mir haben aufgegriffen, dass dank ihr Huf einem sicher entstand und von einem stärksten Winden auf Sefo nichts beeinträchtigt, ok? Oh, ich habe Hunger. Das reduziert die Qualität meiner Haltung und meiner Zielsicherheit. Das überrascht mich nicht. Hä? Ein Einringling! Verstanden! Nein, warte! Nein, warte! Auf ihn! Wo? Nein, warte! 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 Hey! 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 Nichts da! Bies können zuerst! Hey! Bad! Zerrer! Acht! Warte. Warte! B... Oh, das geht nicht! Das ist doch ein paar Jahre! Ach! Oh, das ist dann jetzt, wie geht es? Ja, sicher. Nichts Schlimmeres. Ziel gefunden. Dafür bin ich nicht bereit. Pass auf, wo ihr hinschieht! Ich brauche Verstärkung. Ich kasse ihn jetzt. Auf geht's! Jawoll. Schön. Hey. Ja. Ja. Ja, die hoefte. Okay. Gut, so ver ist er. Ah. Oh, vergesst. Was ist das? Ich weiß nicht, was da oben ist. Was war denn das? Das ist fies! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein! 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 Was ist das? Ich fahre mit einer Raketen. wir sehen na los holen wir ihn uns jetzt kann ich glänzen krief auf Feuer nein ich habe mich wieder rief auf Hey macht, macht dieser Tief! Äh, also es muss für die Bedienung gefeiert werden, ok, schade. Geht's da auch weiter, es ist schon eine weiter. Und dann machen wir schon eine, aber schon. Hey, BD1! Geht's gut, BD1? Ja, da wird es wieder. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Habt ihr eine Bewegung gesehen? Feind! Auf ihn! Wie wollen wir das hier gewinnen? Er war euch aus! Vorrangiges Spiel! Hey, Feind! Weg! Hey, geh weg du! Halt ihn an! Schnell! Feuer frei! Alle verbündeten Einheiten an Bogen! Mit Angst zurück! Der Fährhalt! Uah! Ui! Heile! Hey! Heile! Ich bin BD! Hallo! Fisi! Fisi! Das ist die Dorfbewohner auf Zeffo. Eine Tasche, die eine Familie Zürich-Siegel getrennt wurde und der Fadesort in Ablenkungsanöver, wodurch die mit seinen Kindern entkommen konnten. Das ist die Dorfbewohner aufzunehmen, was ist die Dorfbewohner aufzunehmen, was ist die Dorfbewohner aufzunehmen? Warte schnell, dann soll die Tür öffnen. BD1, hier rüber! Na, jetzt brauchen wir die Kamera. Du bist zu schnell! Na, probier's gar nicht, und tschüss! Du kommst hier nächstes Leben raus, Jedi! Ich beobachte dich! Du kannst ruhig! Warte schnell, scannen! Da ist ein anderer, ein neuer. Wer angriffstrupp? Okay. Kommst du den richtigen Weg überhaupt? Weiss nicht, ein anderer anraue. Einfach den richtigen Weg. Ich weiss gar nicht, was ist das? Die richtigen Müsse. Äh, wer soll ich doch etwas scannen? Neuer Terrarium, zusammen! Wir wachsen! Ja, okay. Ich denke, Ben ist hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Die hat mir lecker für sie gehört. Lassen wir's runter hier. Tschüss, zusammen!